Der Industrialisierung industrieller Wandel ist machbar. Die Deindustrialisierung in Deutschland ist ein ernst zunehmendes Problem, das nicht einfach ignoriert werden kann. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass industrieller Wandel machbar ist. Es gibt Möglichkeiten, die deutsche Industrie wieder auf Kurs zu bringen und sie fit für die Zukunft zu machen. Eine Möglichkeit ist die Investition in neue Technologien und Innovationen. Durch die Förderung von Forschung und Entwicklung können neue Produkte und Dienstleistungen geschaffen werden, die den Anforderungen des Marktes entsprechen. Dies kann dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu stärken und neue Märkte zu erschließen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Weiterbildung und Qualifizierung der Arbeitnehmer. Durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen können die Beschäftigten fit gemacht werden für die Anforderungen des digitalen Zeitalters. Dies trägt nicht nur zur Steigerung der Produktivität bei, sondern auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Darüber hinaus ist es wichtig, die Infrastruktur in Deutschland zu verbessern. Eine moderne Infrastruktur ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Investitionen in den Ausbau von Verkehrswegen, Energieversorgung und Telekommunikation sind daher unerlässlich. Insgesamt ist es wichtig, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam an Lösungen arbeiten, um den industriellen Wandel in Deutschland erfolgreich zu gestalten. Nur so kann die deutsche Industrie langfristig erfolgreich bleiben und neue Arbeitsplätze schaffen. Untertitelung des ZDF, 2021 Vielen Dank.